hallo und herzlich willkommen meine lieben Chaos-Kittys. heute spielen wir wieder among us mit dem the other roles modpack. diesmal seht ihr die snitch. die snitch muss ganz schnell ihre task machen um zu sehen wer die imposter sind. dabei sehen die imposter nach, wenn die snitch noch zwei tasks übrig hat, wer die snitch ist und dementsprechend muss sie halt die task auch gut planen, damit sie halt nicht einfach weg gemacht wird. als zweites seht ihr den major. der major kann zwei boats in den topf extra werfen, um halt zu entscheiden wer jetzt rausfliegt. viel spaß. ne in der version geht das glaube ich gar nicht. war das kein hotfix hier? ne es trauen noch was. major bin ich jetzt. schön. welche not habe ich denn da unten? ich habe jetzt voll 9, 10, 11, 12, 13. ach der war zu schnell. 16, 17, 18, 19 und 20. ich liebe task machen. ich könnte tatsächlich das spiel ohne imposter spieren. einfach nur task machen. wie wärs mit einem task simulator. das wär doch mal was. so halt ich muss ich muss jetzt hier. auch jetzt ist aber gut mal leute. leute jetzt im ernst mal. lass doch mal ferdi in ruhe mensch. war nicht gerade erst ein specimen. wenn ich, sollte ich nächste runde medic werden, dann schwöre ich, ich beschütze dich ferdi. also er ist oben oben rausgelaufen hinter viper. ne er war im lab eingang und ist gerade einfach umgefallen. dann ist er gebissen worden. wer war bei ihm vorher? wie lange dauert das nochmal? 10 sekunden. 8 sek waren das glaube ich gerade. dann bin ich für den kill raus. ich war link. also viper könnte in frage kommen sogar. ultra auch. also im prinzip kommen vier leute in frage glaube ich. und birdie auch. naja wenn wir alle. ne dafür war die zeit zu kurz. weiß ich nicht ob die zeit zu kurz war. warst du nah genug für den warlock oder ist er einfach so umgefallen? ich war direkt, der ist direkt bei mir umgefallen. war so unten hier. okay dann wichtige frage. wer ist mit bro zusammen in der decon runtergelaufen wo ich raus bin? das war ich. okay wer ist dann noch unten im specimen gewesen? kiri. und kiri ist von wo ins specimen reingegangen? das weiß ich nicht. von oben? du bist mir doch entgegen gekommen. mhm. du bist mir entgegen gekommen. ich bin von oben und du bist von unten. wo bist du gerade hingegangen? jessi. nein. aber du wurdest gerade nicht aufgezählt. das ist ja vor mir. nein also passiert bevor ich da reingegangen bin. die geschichte von denen. ach so ok. weil du bist mir entgegen gekommen. dann ist mir ferdi entgegen gekommen. ja. dann war ich unten inspektrum. also du könntest es dafür auf jeden fall in der folge kommen. nein gar nicht. halt war viel zu kurz. meine güte was ist denn heute los? ich glaube ich brauche gleich mal ein bisschen luft. leider kein bait. das wird mich nicht. auch nicht runter. ich war es dann auch Ich bin mit ihr durchkommst gelaufen und sie ist plötzlich explodiert. Wem seid ihr denn vorher begegnet? In dem Zeitpunkt, wo das... Ich weiß nicht, also ich bin erst ab dem COM-Ausgang mit ihr gelaufen. Du meinst mit ihm? Ja, sorry. Mit ihm gelaufen. Davor war ich unten links in O2 bei Kiri. Ich muss jetzt mal eine ganz, ganz wichtige Frage stellen, weil ich die erste Sekunde nicht ganz mitbekommen habe. Bei meinem Mute-Button. Ich wollte... Du bist mit Birdie zusammen aus COMs rausgelaufen? Nein, ich bin vorm COMs-Ausgang in Bird, also bin ich Bird begegnet. Wir sind gemeinsam rauf zu COMs gelaufen. Ja. Und davor weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er aus COMs rausgekommen ist oder nicht. Und wann ist er umgefallen? Direkt auf COMs. Also ich habe kurz gewartet, ob er es fixt. Direkt an COMs? Direkt an COMs. Weil das Problem... Also du meinst unten am COMs Eingang oder an der, wo man COMs repariert? Dort, wo man es repariert. Okay, das stimmt. Weil der Buddy steht noch. Wie das stimmt? Der Buddy steht noch. Du bist doch gerade vor mir aus COMs rausgelaufen, dann bin ich quasi aus... Die Unterbeine stehen noch. Ja, es war genau in dem Moment. Okay. Im Übrigen kann ich sagen, bevor es vorbei ist, Buddy Report. The Killer appears to be Kyriana. Oh! Was? Und war es ein Vampir, oder? Nein, Warlock. Weil dann hat sie mich geworlockt. Ja, sie wollte mich nämlich gerade verdächtigen und das lasse ich mit mir nicht machen, liebe Frau. Warum hast du meinen Namen da stehen? Weil es eine Sekunde her ist. Ah, Brot hat mitgespielt. Sehr nice. Festimen zusammen mit Miskbird. Ah, guck mal, das ist doch geil. Das heißt, Miskbird, Brot, Ultra. Wobei Ultra könnte der Warlock sein. Der hat sich nämlich nicht bewegt. Und ich sind für den Kill erst mal raus. Ja, aber es kann ja auch schon wieder sein, ne? Ich habe mich schon bewegt, nur mein Teamspeak kam irgendwann dazwischen. Ja, aber du standst halt in der Office-Türe die ganze Zeit stumm. Ja, aber Birt und Brot, habt ihr euch bewegt, während ihr da unten wart? Also ich bin von Simon Sest rübergelaufen, aber Mist kann mich jetzt nicht bewegen sehen. Ne, ich habe die Aufgabe unten gemacht, wer ist das noch? Ich habe den ganzen Namen vergessen von der Aufgabe. Also ist Birt nicht raus? Ne, ne, aber so erstmal sind wir ja nicht in Kill-Reichwarte da unten direkt. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie an mir geplatzt ist, oder ob es vielleicht auch ein Vampire war. Ferdi, welche Rolle warst du? Oder sie hat Sheriff geschottet und hat gedacht, yay! Bettgesser. Bettgesser, okay. Ich war Detective. Du warst. War. das ist ganz viel? Ich hab Scootal-gewarer, das ist ganz furchtbar. noch, zweimal. so fixing wiring haben wir hier bei uns die haben wir nicht wir haben das hier und dann muss ich reparieren wiring fixen hat noch 18 sekunden ja ja ich weiß ich bin heute leichenspülhund ich habe ferdi oben am teleskop gefunden ich bin von rechts von dem stemmen gekommen ich bin dir noch brot hat das gerade gesagt ich bin brot noch entgegen gekommen hatte ferdi auch noch gesehen aber da war er noch lebend ich bin dann in richtung die korn und okay wichtige frage haben wir einen zeitraum wie lange derjenige schon tot ist also wenn er noch gelebt hat wie sie rein ist dann ist es eine scan reichbar also eine scan da war ich glaube es sind acht sekunden oder acht bis zehn sekunden würde ich sagen ja das ding ist es müsste jemand eine genaue zeitangabe haben ich warte nur drauf dass sich derjenige outet fragen wir anders wo sind eure anderen positionen wo es brot ist oben wo ist birdie ich bin bei office ja quies wo bist du was machst du da hatte auf heels geguckt ja dann gesehen dass rot tot ist bin nach oben gelaufen dann kam mir kira wie entgegen ich habe dich nicht gesehen moment kira war unten am dingens wo ich vor sich das gibt kira und kira also kiri und kira doch kiri und kira einer von beiden auf jeden fall ja 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 also der kill ist ungefähr zehn sekunden alt quiz wo warst du ich war ich war karte swipen dann bin ich rüber zu communications und jetzt bin ich also habe communications task gemacht und jetzt bin ich in o2 wo in o2 links richtung baum nein da bist du nicht doch da bin ich ja da bin ich gerade eben gewesen oh what alter wer votet denn hier ey da fehlen zwei votes ja müsst doch voten leute habt gereicht nevermind ich habe ich habe gewartet weil ich gedacht habe das ist jetzt schon das zweite mal dass kiri da in der nähe ist und das kam mir irgendwie so suspicious vor und deswegen habe ich sie gewartet aber ich habe halt nicht gedacht dass sie rausfliegt das ist ja aber das ist ja gar nicht aufgefallen weil miss bird war eigentlich mein lover und der hat aber nachher noch gesagt ja